Hey, mein Name ist Christian und in meinem heutigen Video möchte ich euch meinen ausführlichen Testbericht zum Xiaomi Mi 11 zeigen. Nicht nur mit einem Preis ab 799 Euro möchte das Mi 11 ein Konkurrent zum Samsung Galaxy S21 sein, vor allem im Bereich der Hardware, mit einer starken Hauptkamera, einem Snapdragon 888 und einem wirklich tollen und hochauflösenden Display steht es mindestens auf Augenhöhe. Wie mir das Xiaomi Mi 11 in den letzten Tagen gefallen hat, wo ich Vor- und Nachteile sehe, das seht ihr in den Folgenminuten meines Videos. Wenn ihr noch mehr Videos zu Xiaomi und oder Samsung Smartphone sehen möchtet, dann abonniert auch gerne meinen Kanal. Los geht's! Zuerst möchte ich auf das Design und die Verarbeitung eingehen. Was das Design betrifft, so gibt es natürlich unterschiedliche Geschmäcker. Ich für meinen Teil finde das Smartphone jedoch extrem schön und toll anzuschauen. Das liegt vor allem daran, dass die Rückseite meines schwarzen Modells matt gehalten ist und so gut wie keine Fingerabdrücke aufnimmt. Das Kameramodul auf der Rückseite ist zwar groß und präsent, jedoch ist es bei allen anderen Herstellern genauso und lediglich auf eine andere Art und Weise interpretiert worden. Die Geräterückseite ist sehr schön zum Metallrahmen abgerundet, sodass es nicht nur gut, sondern auch äußerst griffig in der Hand liegt. Was mir bereits beim ersten Eindruck extrem gut gefallen hat, sind die kompakten Abmessungen von 164 mm in der Höhe, einer Dicke von 8 mm bei einem Gewicht von 196 Gramm. Damit gehört das Mi 11 seit langer Zeit mal wieder zu einem in Anführungsstrichen kompakten Smartphone der Oberklasse. Hersteller wie Samsung, Apple oder auch Huawei sind hier meist größer, schwerer oder dicker. Der Powerbutton auf der rechten Seite sitzt in einer sehr guten Höhe, für die Lautstärkewippe muss leicht umgegriffen werden und der optische Fingerabdrucksensor ist so weit vom unteren Gehäuserand entfernt, dass das Gerät a nicht kopflastig wird und b auch sehr gut mittels des Daumens erreicht werden kann. Der Fingerabdrucksensor ist durchaus gut, was sich vor allem in der Zuverlässigkeit widerspiegelt, könnte für meinen Geschmack und für einen optischen Sensor jedoch etwas schneller entsperren. Das ist jedoch Meckern auf hohem Niveau. Zudem kann der Fingerabdrucksensor auch zum Bestimmen eures Pulses genutzt werden. Dafür benötigt ihr die Mi Health App, die aktuell nur als APK geladen werden kann. Über den untersten Punkt könnt ihr dann per Fingerauflegen den Puls bestimmen. Im Vergleich mit der Galaxy Watch 3 lag der Wert des Mi 11 immer zwischen 1-3 Schlägen über der Smartwatch. Im Fuß sitzt neben Mikrofon, USB-C Anschluss und Einschub für potenziell zwei SIM-Karten auch einer der beiden Lautsprecher. Ein weiterer Lautsprecher sitzt im oberen Gehäuserahmen, womit Stereo-Sound vorliegt. Die Soundwiedergabe ist echt ordentlich, der Stereo-Effekt kommt wirklich sehr gut rüber und über das gesamte Lautstärkeband wirken die Lautsprecher souverän und für meinen Geschmack auch laut genug. Erwähnen sollte man allerdings, dass lediglich der im Fuß sitzende Lautsprecher der Haupt-Lautsprecher ist und der obere vermehrt Akzente und hohe Töne wiedergibt. Es gibt zwar keine offizielle IP-Zertifizierung, bei ersten Teardowns wurden jedoch Dichtungen entdeckt, die das Gerät zumindest bedingt gegen Wasser schützen. Gänzlich vertrauen würde ich darauf jedoch nicht. Im Inneren ersetzt Xiaomi auf den Snapdragon 888, dazu 8 GB RAM und wahlweise 128 bzw. 256 GB Speicher. WiFi 6, Bluetooth 5.2 NFC und die Möglichkeit zwei SIM-Karten zu nutzen, eine davon mit 5G kommen noch hinzu. Grandioser ist jedoch die Tatsache, dass es kabelgebunden mit 55 Watt und kabellos mit 50 Watt geladen werden kann. Zumindest letzterer Wert ist einmalig und bedarf natürlich auch entsprechender Schnellladestationen. Was die Performance angeht, so sind nur wenige Ausführungen notwendig. Wahnsinnig schnelles Bedienerlebnis, egal ob beim Zocken oder normalen Nutzen. Die CPU in Verbindung mit RAM, dem schnellen Arbeitsspeicher und einem extrem guten Display machen es wirklich zu einem Träumchen. In Sachen Akkulaufzeit greift Xiaomi auf einen 4600 mAh Akku zurück. Mit diesem kam ich in der Regel auf eine Laufzeit von 1 bis 1,2 Tagen, womit ich immer durch den Tag kam und sogar am nächsten noch kleine Reserven hatte. Die Display-On-Time lag meist zwischen 5-5 Stunden und 30 Minuten. In meinem YouTube-Test im WLAN bei 50% Helligkeit und Lautstärke kam ich auf einen Wert von 11 Stunden. Die Ladegeschwindigkeit mittels des 55 Watt Netzteils beträgt in 15 Minuten 60%. Nach rund 35 Minuten ist der Akku dann wieder vollständig geladen. Soll man über eine Fast Charging Station für Wireless Charging verfügen, so ist eine ähnliche Ladegeschwindigkeit möglich. Damit auch schon zum Display und eines meiner Highlights. Bei 6,81 Zoll erlöst es mit WQHD+, sprich 3400 x 1440 Pixeln auf. Es besitzt HDR10 Plus Unterstützung und eine maximale Bildwiederholrate von 120Hz. Genau in diesem Setup habe ich die letzten Tage das Mi 11 auch genutzt und muss sagen, dass es ein verdammt tolles Display ist. Superschärfe, hervorragende Blickwinkel, tolle Farbwiedergabe. Auch die maximale Helligkeit ist topnotch, doch hätte ich mir eine bessere Helligkeitsautomatik gewünscht. Für mich ist das Display bis zu 65% zu dunkel abgestimmt und kommt erst darüber richtig zur Geltung, was die Darstellung bei zu wenig Helligkeit etwas milchig wirken lässt. Neben einem Lesemodus und Dunkelmodus gibt es auch wieder ein Always On Display, das dort recht individuell angepasst werden kann. Hätte ich nicht die Probleme mit der Helligkeitsautomatik, so würde es für mich zu den Top 5 Displays auf dem Markt gehören. Bei den Kameras setzt Xiaomi auf insgesamt vier Module samt Frontkamera. Als Hauptkamera dient eine 108 Megapixel Kamera, die unter anderem Videos in 4K 60fps oder 8K 30fps kann und dabei auch optisch stabilisiert ist. Weiterhin gibt es eine 13 Megapixel Ultraweitwinkel mit 123 Grad Sichtfeld und 5 Megapixel Telekamera mit f2.4 Blende. Die vordere Kamera löst mit maximal 20 Megapixel auf. Die Bilder der Hauptkamera sehen in 70 bis 80% der Fälle direkt beim ersten Abdrücken gut aus. In der Praxis habe ich jedoch den 108 Megapixel Modus, den man nur über die Pro Funktion aktivieren kann, kaum genutzt und habe vielmehr in der Automatik mit Pixel Binning geknipst. Ich komme bei den Bildern nicht zu einem sehr guten Ergebnis, da sie mir über den gesamten Zeitraum zu inkonstant waren. Bedeutet es gab mal Bilder, die wirklich auf Anhieb richtig gut aussehen, bei anderen hat der Fokus jedoch nicht richtig gepasst, es gab leichte Abzüge beim Dynamikumfang und damit auch bei der Darstellung von Details. Auch im Nachtmodus ist sie aktuell nicht auf Augenhöhe mit einem Galaxy S21, geschweige denn mit einem S21 Ultra. Während im Nachtmodus die Bilder auf dem Smartphone eine gute Balance aus Helligkeit und Details bieten, so sieht man bei Betrachtung auf Monitoren doch teils deutliche Artefakte und teilweise auch verschwommene Stellen. Je nachdem welches Objekt man mit einem Bouquet versehen möchte und die Portraitaufnahme nutzt, werden Objekte mal gut, mal weniger gut freigestellt, was insbesondere bei dem Wegweiserbild aufhält. Während im oberen Bereich eine sehr gute Trennung funktioniert, ist im unteren linken Bereich die Trennung nur sehr schlecht. Bei der Ultraweitwinkelkamera sieht es ähnlich aus, da auch hier oftmals Unschärfen im Randbereich entstehen und Aufnahmen leicht verwackelt aussehen. Auch dieser Umstand wird dann stärker, je dunkler die Lichtbedingungen werden. Manchmal sitzt der Fokus über das gesamte Bild und genau das, was auch fokussiert werden soll, ist scharf. In anderen Fällen werden die relevanten Objekte lediglich unscharf dargestellt. Obwohl die Kamera optisch stabilisiert ist und Videos in 4K 60fps aufnehmen kann, so hatte ich hier vor allem bei Bewegung im mittleren Bereich leichte Verwackelung und Artefaktbildung. Auch hier bin ich der Meinung, dass sie aktuell nicht mehr den Topkameras aus dem Android-Bereich mithalten kann. Die Qualität der 20 Megapixel Frontkamera hing bei mir stark von Lichtbedingungen ab. Im Portraitmodus erfolgt die Freistellung des Gesichtes vom restlichen Hintergrund teilweise sehr gut, jedoch waren sowohl in der Automatik als auch im Portrait Modus die Gesichter etwas zu weich gezeichnet und oftmals war das Bild nicht scharf und klar genug. Zusammenfassend sind die Kameras des Mi 11 nicht schlecht, kommen meiner Meinung nach aber nicht an die tatsächlichen Flaggschiffe im Android-Bereich heran. Da ich über alle Sensoren teilweise Fokus und Schärfeprobleme hatte, im Portrait-Mode manchmal auch eine nur durchschnittliche Abgrenzung des Hintergrundes. Bei der Software verwendet Xiaomi, wie auch schon von den vorherigen Flaggschiffen gewohnt, die neueste Android-Version in Form von Android 11 und der MIUI-Version 12.0.3 Global. Damit steht dem Nutzer nicht nur die neueste Oberfläche zur Verfügung, sondern auch eine Oberfläche, die sich in fast allen Belangen personalisieren lässt. Das fängt von der Einstellung unterschiedlicher Uhrenstile auf dem Always-On-Display an, geht über Design-Eigenschaften des Kontroll- und Benachrichtigungs-Panels bis hin zu rudimentären Sachen wie das Ändern von Icons bzw. dem Hintergrund. Auch viele andere Hersteller bieten eine solche Vielfalt, jedoch mit dem Unterschied, dass Xiaomi dabei auch noch eine extrem performante Oberfläche dem Nutzer zur Verfügung stellt. Wie auch schon kurz im Bereich Performance angesprochen, ist die Oberfläche rasend schnell und definitiv aktuell eine der schnellsten im Android-Bereich. Kommen wir damit auch schon zu meinem Fazit zum Xiaomi Mi 11. Wenn ich die vergangenen Punkte nochmals durchgehe, so hat mir das Smartphone vor allem im Bereich des Designs, natürlich der Verarbeitung und der generellen Ausstattung gefallen. Mit den verbauten Hardware-Komponenten liefert es eine wirklich richtig gute Performance, kann sowohl kabelgebunden als auch drahtlos per Fast-Charging geladen werden und bietet mit einem WQHD-Plus-Display ein richtig gutes Panel, das mich in 95% der Punkte überzeugt hat. Lediglich die automatische Helligkeitsregulierung hätte ich mir etwas anders gewünscht. Aber auch die Lautsprecher klingen durchaus gut. Die Akkulaufzeit finde ich absolut in Ordnung und der Fingerabdrucksensor kann nicht nur zum Entsperren, sondern auch zum Bestimmen des Pulses genutzt werden. Die Software gehört für mich neben der OnePlus-Software mit zu den besten auf dem Markt und bietet dem Nutzer unendliche Personalisierungsmöglichkeiten. Abstrich musste ich dann leider bei den Kamerasensoren feststellen, die nicht das geboten haben, was ich anfänglich erwartet hatte. So hatte ich doch eine Reihe von Bildern, die in allen Modulen Unschärfen oder Fokusprobleme aufwiesen. Im Portrait-Modus wurden nicht immer alle Objekte perfekt freigestellt und auch die Videofunktion ist aktuell nicht State of the Art. Mit einem Preis ab 799 Euro ist es jedoch preislich so attraktiv, dass ich es trotzdem auch mit den eben erwähnten Kameraschwächen empfehlen kann. Und damit bin ich auch schon am Ende meines Erfahrungsberichtes zum Xiaomi Mi 11 und bedanke mich an dieser Stelle, dass ihr zugeschaut habt. Ich würde mich riesig freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Ihr ein Like oder Kommentar hinterlasst, aber natürlich auch bei den zukünftigen Videos einschaltet. Bis dahin, macht's gut und ciao!